Grüezi und herzlich willkommen zu einem neuen Immobilienangebot von Crowdhouse. In diesem Video schauen wir unsere kernsanierte Liegenschaft im Kanton Solothurn gerade angrenzend an die Stadt Aarau an. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen. Zwischen 2015 und 2017 wurde es komplett kernsaniert, sodass es sich heute in einem neuwertigen Zustand präsentiert. Sämtliche Gebäudeteile wurden bis auf die Grundmauern erneuert, unter anderem Feister sowie sämtliche Strom- und Wasserleitungen. Die Heizung ist eine umweltfreundliche Wärmepumpe. Damit ihre Wärme auch drin bleibt, hat man eine verputzte Aussenwärmedämmung verbaut. Im Rahmen der Kernsanierung wurde das Haus zudem um ein Stockwerk aufgestockt. Dementsprechend wurde auch das Dach komplett neu gemacht. Auch die Wohnungen entsprechen natürlich an einem modernen Wohnstandard. Sie haben ansprechende Plattenböden, die von einer neu gebauten Bodenheizung auf die Temperatur gebracht werden. In den Küchen gibt es Gerätschaften von AEG und Balkone im ersten Stock sind während der Sanierung neu angebaut worden. Das Mehrfamilienhaus steht ganz im Norden von der Gemeinde Eppenberg-Böschnau, gerade angrenzend zu der Stadt Aarau. Darum kommt man zum Beispiel zu der Schacher Aarau ganz einfach zu Fuss. Dort gibt es mehrere Sportanlagen, ein Freibad und einen Park, mitten auf der Aare. Gleichzeitig haben die Mieter Aarau gerade vor den Haustüren. Man ist sogar zu Fuss in kürzester Zeit im Zentrum der Kantonsaltstadt. Aarau ist eine wichtige Anlaufstelle für die ganze Region mit seinen 33'000 Arbeitsplätzen, einem gut abbundenen Bahnhof und der malerischen Altstadt. Renommierte Arbeitgeber sind hier genauso zu Hause wie verschiedenste Aus- und Weiterbildungsstädte. Insbesondere für Arbeitnehmer im Gesundheitsbereich ist Aarau attraktiv. Neben dem grossen Kantonsspital befindet sich hier auch die Klinik Kirslande. Die wird bald für über 100 Millionen Franken ausgebaut, als zahlreiche neue Stellen erschaffen wird. Ebenfalls zukunftsgerichtet ist das Agglomerationsprogramm der Region Aarenland. Das ist ein Zusammenschluss von 63 Gemeinden und den Kantonen Solothurn Aargau und Luzern, die sich dafür einsetzen, die Region besser zu vernetzen und Innovation zu fördern. Über 180 Millionen Franken sind so in den letzten Jahren in die Infrastruktur geflossen und weitere Projekte sind am Laufen. Ebenberg-Wöschnau liegt ganz im Osten vom Kanton Solothurn, gerade angrenzend zum Aargau. Es befindet sich direkt vor dem Tor von Aarau, sodass die Mieter von dieser Leidenschaft schnell am grossen Bahnhof sind, wo viele direkte Verbindungen in andere Städte bietet. Nach Basel und Zürich kommen wir mit dem Auto in rund einer Halbstunde. Wir haben hier also ein kürzlich kensioniertes Mehrfamiliehaus in einem Top-Zustand. Dank seiner Lage haben die Mieter einerseits den Wald und die Aaren um die Ecke. Andererseits kommen sie in unter 5 Minuten schon ins Zentrum Aarau. So haben sie einfachen Zugang zum grössten Wirtschaftszentrum in der Region. Gleichzeitig können sie auch grössere Städte wie Basel und Zürich schnell erreichen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.